Unangemessene oder irrelevante Fragen in Interviews oder Umfragen können die Qualität der gesammelten Daten beeinträchtigen und die Teilnehmer davon abhalten, ehrlich und offen zu antworten. Hier sind einige Beispiele für solche Fragen, die vermieden werden sollten. Fragen, die zu persönlich oder sensibel sind, Fragen, die in die Privatsphäre des Teilnehmers eingreifen oder sehr persönliche Informationen erfragen, können als unangemessen angesehen werden. Zum Beispiel, wie oft haben Sie sexuelle Beziehungen mit Personen gehabt, die Sie nicht kennen? Fragen, die zu kontrovers oder polarisierend sind? Diese Fragen können die Teilnehmer dazu bringen, Antworten zu geben, die ihre Meinungen oder Einstellungen zu sehr einseitig oder polarisierend darstellen, anstatt eine ausgewogene Perspektive zu bieten. Zum Beispiel, haben Sie jemals eine Person, die Sie nicht leiden konnten, gedanklich getötet? Fragen, die nicht relevant für die Forschungsziele sind? Fragen, die nicht direkt mit den Forschungszielen oder dem Thema der Umfrage oder des Interviews zusammenhängen, können die Teilnehmer verwirren und die Qualität der gesammelten Daten beeinträchtigen? Zum Beispiel, wie oft haben Sie Ihre Haare geschnitten in einem Interview über Kundenzufriedenheit? Fragen, die zu vage oder offen formuliert sind? Vage oder offene Fragen können dazu führen, dass die Teilnehmer nicht genau wissen, was erwartet wird, was zu unzureichenden oder unklaren Antworten führen kann. Zum Beispiel, was denken Sie über das Produkt? Anstatt, wie zufrieden sind Sie mit der Qualität des Produkts? Um solche Fragen zu vermeiden, ist es wichtig, die Forschungsziele klar zu definieren und sicherzustellen, dass alle gestellten Fragen relevant, respektvoll und nicht einseitig sind. Offene Fragen, die Raum für Interpretation und Reflexion lassen, können dazu beitragen, qualitativ hochwertige und repräsentative Daten zu sammeln. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden? Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf Mehr klicken und dann auf den Link.